Ö 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 Perfect Taking the Hobbits to Eis��어 produced by driving his So, was wollte ich gerade? Äh, ich glaube Hatte ich den Maximus? Nein Ich glaube das Ganze ein bisschen mehr komprimieren Jetzt hängt die Maus hier wieder Weißt du was, wir machen jetzt voll Wir machen ihnen jetzt voll eine Rap-Stimme Einfach mit den Sound-Dingens hier Sound-Booster Okay Ja 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 was ja auf rauf folgt mal wieder ja dieser typ folgt mal wieder danke dass du wieder folgst sehr schön folgt weiter denn für jeden folgen bekomme ich eine million euro und ich mein ich brauch das geld boah alter das ist so geil ich muss mir den nasen schnauben gehen warte ich bin gleich wieder da ich habe mir jetzt eisgall nasenspray genommen und jetzt kommt der move des tages ja alles klar ist das die richtige note ich glaube nicht oder müsste euch dran gewöhnt das jetzt die ganze zeit mit der nase habe und soja das geht nicht anders also dieser zaungottesizer da der macht die stimme irgendwie krasser ersetzt das mal mit eisengard was soll ich ersetzen mit eisengard wie ist die stimme wie ist die stimme krasser das also krasser mit dem soundgottesizer ja ich kann sie mal kurz zeigen was alles auf der stimme drauf ist das ist jetzt der hall der brutale da hat ein mal äh equalizer mit und ohne equalizer der drückt hier diese stelle komplett runter macht das etwas freier sozusagen dann ach so das ding macht es nur stereo haften mehr nicht stereo mehr mono weil ich das hier gescratcht habe und das so einen leichten stereo effekt gibt ist auch unwichtig der zaungottesizer der macht das noch hat das alles noch lauter gemacht und zusammengepresst da komprimiert was auch immer da ist ein garter tag in the hobbits und deck in the hobbits und deck in the hobbits und also mega geil dann noch so leichten raumhall das ganze bisschen mehr aufmerksamkeit zu geben die stimme das ganze noch mal fett komprimiert damit der hall auch noch mal runtergedrückt wird und das gibt dann insgesamt so einen richtig geilen effekt keine ahnung also man merkt es das geht hier nicht über wie viele dezibel also es kratzt an der an der dingenskirchen von sechs dezibel darüber geht es nicht damit die maximus zu verdanken würde der maximus nicht an sein würde die stimme die ganze zeit hoch und da dies das gehen und der hall würde auch machen was er will aber durch die maximus wird alles schön abgeschnitten da hört das eindeutig so was ist jetzt mit dem buch hier werden im druck die im druck bukan der druck der hoffn den den das muss das muss geiler sein l d so im druck den druck den zentrums immer überlegen es sind in europa den l in den geländen in den in den in den in die in 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 vorbeige was das würde eigentlich voll passen hier vom wir da das war cappella wo ist denn das was hatte ich immer hier drin kommen boi boi da das würde passen hier am ende richtig aber wir sind jetzt nicht beim remix von rihanna sondern bei keydors schrägstrich schön let's play so was hängt hier doch jetzt wird das chinesisch oder was? Hobbes doch. Eisengard. Du meinst doch sicher KLP, ich muss mit solchen Witzen aufhören. KLP? Achso, 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 okay, du hast wieder, achso, okay. Okay, du hast Let's Play. Ja. Du solltest wirklich mit den Witzen aufhören. Okay, pass mal auf. Jetzt kommt der Move des Jahres, nicht des Tages, nein, des Jahres. Dieses Stück ist richtig geil, ja. Find ich auch, find ich auch. Ähm, darum bin ich auch grad so mega motiviert. Was man überhaupt nicht hört. Ähm, darum bin ich auch grad so mega motiviert. Ähm, ja und auch mega witzig. Ich nehme mal jetzt Trompeten. Das würde nämlich mega geil passen. So, wo ist denn hier Contact 5? Ähm, 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 ähm. Ähm, ähm. Wom, du, 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 du. Dตit de webpage. Warum ist meine Task-Leiste jetzt wieder weg? Ich versteh gerade das Programm nicht. So, wo ist denn hier Trompeten? Irgendwo auf dem Desktop hab ich das mal gespeichert. Instrumentenpara Contact. Ähm, dataum brass. Nice Die Trompeten meine ich zwar nicht Aber die könnte man auch noch einbauen Ich mache erstmal die anderen So, es bekommt noch mehr Kratzenes Oder warte mal, das andere hat doch viel bessere Trompeten gehabt Das andere Plugin Ich glaube ich nehme das Kontakt hört sich nicht so schön an Oh, tschüss Hm, was ist denn mit dem Chat los? This room is now in show Ach, slow mode Wer hat es denn auf slow mode gemacht? Ist besser Achso, ok Ähm, ok Was sind denn hier die Trompeten? Ja, sch- Irgendwas stimmt hier mit meiner Taste nicht Ich glaube, die ist kaputt vom Keyboard Scheiße Hört euch die mal an, man Sind die nicht geil? Ich sollte mal das hier wegnehmen Denke doch Hobbit's doch Erinnert mich ein bisschen an Harry Potter Nimm-John-Shane-Trompeten Was sind diese Trompeten? Ich, wo krieg die her? Wie lange willst du streamen? Sorry, wenn die Frage schon kam Ähm, keine Ahnung Solange ich will Solange ich das hier machen möchte Bis ich todmüde bin Oder keinen Bock mehr hab Oder so Halt, ne? Also ich hab keinen Plan Was sind Schon ein Ding an das Trompeten Ich will das jetzt wissen Google ich mal Ähm Vielleicht krieg ich auch ein Beispiel Ne Nicht das Ja Ah, das könnt ihr gar nicht zur Hälfte sehen Toll Hast du die? Gib doch einfach schon YouTube ein Okay Mach ich Ups Hm Ist das ein Was ist das? Ein Boxer oder was? Ich kenn den nicht Nein Warum Ist das ein Boxer oder Muss ich den kennen? Ich hoffe nicht Aber leider Wie Harry Hotter Alles klar Das ist gruselig Ach ist ja auch geil Das Problem ist Wenn ich gedrückt halte Ah, das ist doof Vielleicht krieg ich ja hier irgendwelche Trompeten Die man gedrückt halten kann Weißt du? Die machen wir einmal Bip Hier zum Beispiel Weiß nicht, ob sich die Ob sich die Ich kann nicht mehr reden Das ist so